So, weiter geht's, zweiten Part. Brothers Tale of Two Sons. Ich wollte nur halt für YouTube cutten, damit die Parts nicht größer werden. Weil im Nachhinein kann ich die nicht mehr cutten. Ich würde das als ein... Ich glaube das war ein Speichern-Symbol. Was tue ich hier gerade? Ich verwechsel gerade wieder die beiden Steuerknüppel. Die beiden Cursor. Die beiden... Da, schon wieder. Hier war wieder so ein Speicher, also da oben. Oben rechts, nicht ganz in der Ecke, sondern eher so ein bisschen noch weiter in die Mitte rein. Da ist manchmal so ein... Moment mal, was ist denn hier los? Irgendwas kann man hier machen, muss man hier machen. Ich weiß nur noch nicht so genau was. Lass mich raten. Ha! Ich verstehe. Okay, wir müssen gucken, wo wir das Rohr durchkriegen. Okay, dass die nebenan müssen erstmal hier hinten in die Ecke. Und das dann so drehen. Ich hoffe, du hast die Mücke erwischt. Jetzt hier drehen. Das hat ja ein klein wenig was mit Geometrie zu tun hier. Aber ansonsten ist das ja auch nicht schwer. Das ist die Frage, wohin muss ich damit? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich hab das jetzt schon mal hier. Ich weiß nur noch nicht wofür. Wo muss das denn hin? Ich könnte damit die... Das Ding ist stoppen. Naja, doch, 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 doch. Das ist doch zu fossil gestohlen. Pass auf. Wir blockieren einfach. Ne, doch wunderbar. Wunderbar. Wo ist meine nächste Bank? Okay, aufgepasst. Wir haben hier ein... Achso, das wird wahrscheinlich eine Art Brücke. Okay, ich verstehe gerade noch nicht. Atta, Atta. Ja, Atta. Ja, klar. Die Frage, wie lang bleibt das Ding jetzt so? Ich hoffe, länger als... Komm schon. Okay, wunderbar. Puh. Also, man gewöhnt sich an die Steuerung. Es ist nicht allzu leicht. Aber auch... Wie gesagt, sagt man, gewöhnt sich dran. Wo ist eigentlich mein süßer Troll? Warum hilft der mir nicht mehr? Polly Polly. Was ist da los? Was muss der in dem Spiel machen? Beide gleichzeitig steuern. Und, ähm... Ich suche eine Medizin für meinen Vater. Der krank ist. Und die beiden Brüder machen sich jetzt auf, ihren Vater zu retten. Ja, so wie die Prüfung in Ninokuni. Nur halt die ganze Zeit. Also mit dem rechten... Ich hab hier gerade ein Xbox-Control in der Hand. Mit dem rechten Stick steuere ich den kleinen Bruder. Mit dem linken Stick steuere ich den großen Bruder. Das sind Fische. Ah, shit. Schon wieder verwechselt. Oh, wie elegant. Fangfische. Oder auch nicht. Ich fange die Fische, glaube ich. Kann ich die irgendwie hier runterspülen lassen, oder so? Nein. Das ist nicht extrem verwirrend, doch. Ist es, die Söcke? Ist es? Das ist verwirrend. Teilweise. Aber das macht halt das Spiel auch ein bisschen aus. Ah. Come on. So, wo bin ich... Ja, eine neue Bank. Auch wenn wir jetzt am Anfang schon einen übersehen haben... Hallo? Setzt euch beide mal hin! Mason. COD. Wir haben Fische, die von einem wegschwimmen. Ja, genau. Die Innovation, by the way. Gab's ja nicht schon seit Zelda Ocarina of Time oder so. Schon noch früher. Oder Mario 64. Wir haben hier wieder einen... einen Moment. Schon witzig, dass die gescriptet sind, wo die... wo wer hin soll. Oh, die... Shit. Also... geil inszeniert ist das Ganze. Sorry, da kann mir keiner was sagen. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich mag bis jetzt auch die Atmosphäre, die das Spiel so ein bisschen rüberbringt. Sieht so ein bisschen geheimnisvoll. Lass mal los, nur so aus Spaß. Wir haben gemerkt, was passiert, wenn man stirbt. Ich brauche das jetzt nicht noch zu zeigen. Wir haben bereits einmal versagt. Oh, na da, Naid! Oh, na da, Naid! Ich glaube, du bist jetzt zufrieden. Verdammt! Routerfallen hatten wir schon. Zerquetscht werden hatten wir schon. Jetzt als nächstes. Warum geht das nicht? Halt aufgepasst. Weiterdrehen, 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 weiterdrehen. Weiterdrehen, einfach weiterdrehen. Einfach... Oh, warum? Der steigt ab. Warum? Und nicht, weil ich los... Ja, jetzt... Ah, ich trinke Fingerkrab, Fingerkrab, Fingerkrab. Ah, ha, ha. Au. Der steigt automatisch ab. sein der glückliche sie immer noch Zeit ist die Ziemannsbruch und so was tun jetzt ist sie hätten sich hier Dreh es, dreh es, dreh es. Ich will jetzt keinen Fingerkrampf kriegen, bitte. Ach, wunderbar. Dankeschön. Hier ist mein Schatten. Da ist mein Schatten. Hui. Das ist tatsächlich so. Mir ist auch schon aufgefallen, Schwestern können besser Verbände machen als Ärzte. Das ist, äh, das ist tatsächlich nicht nur ein Gerücht. Das ist, äh, was ist das für eine Sprachausgabe? Das ist eine erfundene Sprache. Die machen nur irgendwelche Geräusche. Die, die Sprache ist nicht wichtig. Also, die haben keine, die haben keine Dialoge in dem Sinne. Die verständigen sich mit Vata und Hüdoa etc. Das reicht schon. Mehr brauchen die nicht. Wo muss ich lang? In diese Richtung? Oh Gott. Oha. Meine Koordinationsfähigkeiten müssen vollkommen unter Beweis gestellt werden bei diesem Spiel. Wichtig, erst mal hinsetzen. Achso, woher muss ich denn? What? Hä? Wait. Wait, 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 wait. Hä? Moment. Aha. Ich dachte gerade schon. Puh. Fuck. Das war genau die Falschrum. Ah. Ach Mann, ey. Genau falschrum. Dammit. So, aufgepasst. Das ist er. Ihn loslassen und genau, perfekt. So, Moment. Moment, Moment. Okay, ihn. Hopp und festhalten. Das gefällt mir nicht. Ihn. Hopp und festhalten. 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 Hopp. Dann gerade wieder gespeichert glaube ich. Oh. Okay, nicht loslassen. Oh, es bricht was zusammen. Malhin in 2D. Malhin in 2D. jetzt nicht mehr das ist seine geliebte wahrscheinlich die gefangen ist da ist ein böser der hat den schlüssel okay alles klar wir wollen natürlich seine troll geliebte wollen wir natürlich irgendwie du kannst das nicht gehe weg was den großen machen hey das ding lässt den will ja ich komme ja schon ein bisschen näher dass du ja auch runterkommst was sollen wir denn jetzt auch so er kommt hier durch aufgepasst er kommt hier durch jetzt ganz leise ohne auf die knochen zu treten die Knochen drehen will ich gar nicht wissen so eine troll-mami hilfst du mir und oh hier tut irgendwas weh ja super Na toll So, es hat mir gerade noch gefehlt Ja Ich verstehe, was ich tun muss Ah, ich verstehe, was ich tun muss Fuck, hier bin ich Oh, ist der doof Das ist Also, sorry, da war die KI ja gerade Selten dämlich Also, sorry, aber da war die KI ja gerade mal Selten dämlich Wann ich, der ist direkt vor mir? Oh, jetzt ist er noch weg Oh, schade, hier bin ich Hier bin ich Also, das hege ich Also, das stempelt sich ein Das ist ein KI-Fail ab Muss ich ganz selbst bestellen Das sehe ich als KI-Fail gerade Dass ich das ohne Sterben nicht geschafft habe Das ist für mich ein KI-Fail Hallo Okay Nein, der kann das nicht So, aufgepasst Jetzt müssen die sich wahrscheinlich wieder die Plätze tauschen Weil die Tatsächlich Er steht immer links Der Große steht immer links Moment, wohin wollen wir denn? Nein Doch Keine Ahnung Moment Von hier kann sie uns vielleicht runterwerfen Ah, ne, da Ah, so wollen wir es danach Ah, okay Verstehe, verstehe, verstehe Verstehe, verstehe Verstehe Erstmal wollen wir den Troll abladen Boah, ich kriege bei dem Spiel, glaube ich, irgendwann noch einen echten Fingerkrampf Das ist echt schlimm Weil du musst halt die ganze Zeit die Schultertasten fast die ganze Zeit irgendwie drücken Währenddessen noch mit den Cursern hin und her spielen und so Also ich glaube, ich kriege echt noch einen Krampf bei Aber okay So, soweit sind wir schon mal So, soweit sind wir schon mal Was ist das? ja wird sich jetzt der jetzt hier ich verstehe ja 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 wunderlich schwer ist das jetzt nicht unbedingt ja 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 wunderbar er wird uns helfen bin ich natürlich dabei vielen dank dafür mein großer und gut dass ihr beide wieder zu vereint seid hab ich gerne getan um fährst zu sein es ist ein dummer troll ja 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 alles klar wissen wir bescheid ja wieder eine schöne kulisse ist irgendwo eine bank ich will die kulisse betrachten meanwhile ist der vater schon tot ja Aj Fortunately hd ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020